gute nachrichten für alle telefon kartensammler vervollständigen sie ihre sammlung mit motiven aus bekannten hollywood filmen robert de niro in mistress die geliebten von hollywood karten der actionstars philip rey eric roberts und ralph moeller aus dem film der unbesiegbare die kult karte zum kultfilm der rasenmähermann wir haben für dieses angebot die letzten exemplare reserviert preis pro karte nur 49 d mark oder alle zusammen für nur 200 d mark bestellen sie direkt in ihrer videothek oder einfach per telefon unsere 24 stunden hotline 0234 30 16 72 rufen sie an jetzt sofort heute nacht morgen aber warten sie nicht zu lange da zum teil nur noch wenige exemplare vorrätig falls es ihnen zu schnell ging spulen sie das band einfach etwas zurück und starten sie den trailer noch einmal